Die Schildkröte ging langsam, aber stetig ihren Weg. Dabei musste sie viele Hindernisse überwinden. Hallo, kleiner Freund. Die Schildkröte ging langsam, aber stetig ihren Weg. Lauf! 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 Vorwärts! Bergauf! Bergab! Lauf! Wasser! Schlamm! Schlamm! Oh je, Schlamm! Oh, ich geht! Drunter! Woa! Drüber! Oh-oh! Wohooo! Jaaaaa! Jaaaaa! Ich darf nicht aufgeben! Nachdem er gegessen hatte, wurde der Hase plötzlich sehr müde. Also beschloss er, sich ein wenig auszuruhen. Kaum hat er sich hingelegt, war er auch schon eingeschlafen. Die Schildkröte war überrascht, den Hasen schlafend vorzufinden. Auf Zehenspitzen schlich sie sich am Hasen vorbei. Shhhh! Er schlief fest. Naaaaaaaaaaaaaaaa! Darf ich reinkommen? Wie lautet das geheime Passwort? Ist es Wuppertal? Nein, tut mir leid. Oh. Darf ich reinkommen? Wie lautet das geheime Passwort? Ist es Rumpelstilzchen? Nein, tut mir leid. Oh. Darf ich reinkommen? Wie lautet das geheime Passwort? Ist es Dudelsatz? Nein, tut mir leid. Oh. Darf ich reinkommen? Wie lautet das geheime Passwort? Darf ich bitte reinkommen? Okay. Komm rein. Diese ganze Schnarcherei macht mich richtig müde. Die. Oh nein! Nein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er träumt, dass er schon gewonnen hat Die Schildkröte war bereits kurz vor der Ziellinie, als der Hase aufwachte Er lief so schnell er konnte, um die Schildkröte noch einzuholen, aber es war bereits zu spät Die Schildkröte hatte gewonnen! Meine Güte! Danke! Oh! Ich habe gewonnen! Hey! Ich sollte eigentlich gewinnen! Hey! Ich sollte eigentlich gewinnen! Ja! Genau! Ziel! Meine Güte! Ist das alles aufregend! Puh! Lieber Mann! Das war ein knapper Sieg! Pam! Verrate uns dein Erfolgsgeheimnis! Also? Ich setze einfach nur einen Fuß vor den anderen! Hüp-Hippo-Rati! Check heute war ein Äste da! Oh! Ich habe gewonnen! Tolles Rennen! Gut gemacht! Böckst du etwas Popcorn? Danke. Hast du gesehen? Hast du gesehen, Papa? Die Schildkröte hat gewonnen. Jawohl, das hat er, mein Junge. Viel! Viel! Juhu! 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 Mit ihrem langsamen, aber gleichmäßigen Laufstil hatte die Schildkröte das Rennen tatsächlich gewonnen. Alle jubelten ihr zu. Alle außer dem Hasen, der immer noch nicht glauben konnte, dass er verloren hatte. Genau! Was für ein Rennen! Was für ein Rennen! Großartig! Die Schildkröte, der grüne Junge, das alte Panzertier hat doch tatsächlich das Rennen gewonnen. Hey, Hase! Sei nicht traurig! Du bist doch Zweiter geworden! Hallo? Ja? Mhm, das Rennen ist vorbei! Die Schildkröte hat gewonnen! Das stimmt! Auf Wiedersehen! Die Schildkröte Hallo? Kommt alle rein! Es gibt Kuchen! Kuchen! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Päh, ich hätt euch beide schlagen können. Und die Moral von der Geschichte? Das Abenteuer ist die Belohnung? Spiel dich nicht so auf! Gut gefrühstückt ist halb gewonnen? Nein, nein! Sie heißt Eile mit Weile. Au! Vielleicht hätt ich nicht so viel essen sollen. Äh, ja. Gut gekämpft, Hase. Mein Glückwunsch. Die Schildkröte, der grüne Junge, das alte Panzertier hat doch tatsächlich das Rennen gewonnen. Hey, Hase! Sei nicht traurig. Du bist doch Zweiter geworden. Tschüs allerseits. Tschüüü und das ist das Ende unserer Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen! Bis zum nächsten mal! Wenn ihr wissen wollt, was wirklich passiert ist, müsst ihr euch die Geschichte anhören. Wenn ihr auf einer bestimmten Seite spielen wollt, könnt ihr die Seite auswählen, indem ihr zuerst auf den Pfeil klickt und dann, wenn ihr die Seite gefunden habt, auf OK klickt. OK. V- 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ihr wissen wollt, was wirklich ist, bist du sicher, dass du nicht mehr spielen willst? Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!